Begleite mich zum Samsung Fitness Camp 2015 in Brandenburg, trainiere mit Olympiasieger Nils Schumann und seinem Team und teste ausgiebig die neue Smartwatch Gear S2. Alle Infos und was ihr ganz genau gewinnt, das sage ich euch jetzt. Das Fitness Camp wird vom 9. bis 11. Oktober in Neuruppina am See, das heißt in Brandenburg nordöstlich von Berlin stattfinden. Nächtigen werden wir in einem 4-Sterne-Hotel, das klingt schon mal ganz gut. Das haben wir euch übrigens hier verlinkt, das heißt ihr könnt schon mal abchecken, wo ihr denn schlafen werdet. Der Fokus liegt natürlich auf Sport und Fitness. Die ganzen Aktivitäten werden dann von der Gear S2 getrackt, die ihr am Handgelenk tragt. Und das Beste ist, ihr könnt die Uhr anschließend sogar behalten. Zu den Aktivitäten, die geplant sind, gehören unter anderem Yoga, Laufen und in den Bergen wandern. Trainiert werden wir und weitere Sportler von Olympiasieger Nils Schumann und seinem ganzen Team. Das gesamte Wochenende ist für den Gewinner kostenfrei, das heißt An- und Abreise, genau wie die Unterbringungen, werden von Samsung übernommen. Na, wenn das keine gute Nachricht ist. Alle Infos lest ihr auch hier unten in der News nach. Dort findet ihr auch den Link zum Gewinnspielformular, in dem ihr alles ausfüllt und an uns schickt. Und erst dann könnt ihr eben an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ihr solltet übrigens über 18 Jahre alt sein und in Deutschland wohnen. Außerdem ist es von Vorteil, wenn ihr ein bisschen sportlich aktiv seid. Es wird zwar nicht mega hardcore, aber wir machen eben doch Sport und es wird anstrengend. Teilnahmeschluss ist übrigens der 30. September. Also ich habe mächtig Bock auf das Wochenende in Brandenburg mit viel Sport, geiles Hotel und wenn auch du Lust hast, mich zu begleiten, mach beim Gewinnspiel mit. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns in Brandenburg.